Was geht ab, ihr geilen Schnittchen? Willkommens zurück zu einem neuen Folge Try It's Fusion! Hallo! Ich würde einschalten, jetzt lasst ein Like da, ihr geilen Schnittchen und dann fangen wir mal an. Wir fahren jetzt Kolfett! Du musst erst einen coolen Move machen, Bram. Ich krieg ein Geschenk. Nope. War der cool? Wtf? Ah! No! Alter, wie macht man das denn? Oh! Oh shit! Oh, das war... Ihr Vollidiotes sind dann am Start. Mit mir zusammen. Ich verstehe das nicht. Hu! Au, man muss noch hoch. Ja, ich glaub du musst springen, bevor du das Ding berührst. Und dann quasi mit dem Hinterreifen das Ding... Ja, siehste? Ja, ne, fast. Ich seh dich gar nicht als Geist, das ist voll cool. Jetzt hab ich geschafft es. Ja, tschüss! Ich war der einzige Vollidiot. Ich zieh aber alle davon, ey. Ja, aber ich glaub ich schaff die Strecke eh nicht mehr als erstens ins gleiche Ziel. Ja, ich weiß. Jetzt haben wir hier ein Problem. Oh, ich hab's auch geschafft. Was? Endlich. Ihr kamt ja aber auch alle locker durch, oder? Ja. So, für euch kein Problem, ihr Genosen. Oh. Oh. Scheiße. Jay nimmt den Schwung von da oben mit. Scheiße. Die Mine ist halt... Ey, das ist doch sehr hoch. Können wir erstmal da hinkommen. Moment, da ist... Guck. Nein! Verhungert auf den letzten Mädern, ey! Ja. Belastend! Ich hab zu wenig Speed, um da hochzukommen. Wie seid ihr denn über die Mine gekommen? Ja, da, das ist easy. Ich muss sie nur einmal wegmachen. Ah, okay. Oh. Wie bist du da? Ja! Wie bist du da? Ich hab zu wenig Speed, um da hochzukommen. Ja! Oh Gott! Ach, als ob er abgesprungen ist! Das war so klar! Dieser miese Motherfucker, ey! Als du da doch noch Probleme hattest, hab ich die Chance. Er hat die Chance ergriffen, hey! Unehrenhafte Chance hat er gesehen. Er hat Probleme? Ich wollte helfen. Meinst du die smarte Chance? Was smart ist? Widersprücht sich generell ja gar nicht. Ja, das Problem ist halt mal wieder die Zeit. Ja. Und der Skill. Dann lässt Jay's Figur direkt im Kopf hängen. Und die Arme. Und auch dein Körper. Ich bin einfach gestorben. Das ist okay. Ich hab gelacht. Dann heal. Bei Night. Da hat sich jetzt einfach so die Target-Zeit geändert. Gibt es noch ne Tag-Version? Wahrscheinlich. Da ist alles so, jo. Ist das schön? Ist das denn alles solche? Ja, das sind nur so X-Cost-Strecken. Cool. Ist fast verkackt. Wait! Nein! Nicht da runterfallen! Hallo! Loi. Ich hab fast am Anfang wieder gestanden. Scheiße. Na! Oh! Ah! Die Checkpoints im Hintergrund, ey. Krasser Scheiß, Mann. Da ist sie. Oh! Oh! Oh fuck! Da! Okay! Ärgerlich! An der Stelle! Oh! Kann ich nicht sein, ey! Alter! Christian! Geil! Ja, hier ist das Ende der Roach angekommen. Ärgerlich! Ärgerlich! Das ist nicht schwer! Ha! Ne, ist es doch nicht. Aber... Und trotzdem! Jawoll! Oh, 12 Stunden! Checkpoint! Uh! Low! Oh oh! Okay. Äh... Machen wir mal so... So... Oh! Danach wird's äh... angenehmer. Für die Fans. Boah! Oh no! Ist nichts passeres. Hon... Ahn... Neee! Han-dan-neee! Genau! Han-han-neee! Das ist genau das, was ich mir auch dachte. Han-dan-neee! Warum hab ich dieses scheiß Motorrad genommen? Läuft gerade richtig! Oh! 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 Da seh ich... Oh! Was ist denn der los, da vorne? Oh! 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 Was?! Na, ich hab meinen ersten Checkpoint. Alter, du kannst direkt bis zum Checkpoint hochfliegen, ey. Hör auf die Wand. Ich möchte auch vom Trials-Kinderspiel-Paradies abgeholt werden, bitte. Aber Jay, du bist der Erster. Ja. Oh, lol. Du Scheiße. Wow. Hallo, nimm den doch, Christian hat gelogen. Nee, nee, ich hab da nicht drauf, dieses komische Austarieren da, wenn du dreiviertel deines Motorrads da oben hast. Das ist für mich wieder runtergefallen. Ach, du Heininger. Ah, jetzt wird geklappt. Ah, ich bin jetzt gar nicht davon ausgegangen, der Checkpoint ist nicht mittig oben, sondern direkt in der Ecke. Ah, Gott. Yes. Oh, Moment, ist die Wand direkt dahinter, schräg. Wer ist denn der Blaue hier? Das geht besser, wenn du erst einmal kurz zurückdrückst. Oh nein. Jo. Stimmt. Da ist ein Deckfehler drin. Oh nein. Und die Wandernahvi ist sehr hoch. Jopp. Ey, hey, nee, nicht so weit zurück. What the fu- Ah! Ist gefangen. Da sind aber Leute nicht schlecht unterwegs. Geht so, die lange Mauer danach, die ist halt tricky. Geht halt sehr lang. Oh. Wie kommen diese komisches Ding hier aus? Diese große Wand kommen hier einfach nicht hoch. Ist auch echt frech. Oh, habbelah. Oh! Ach, fu. Da war ich fast oben. Oh, Peter ist oben, wa? Ja. Oh. Peter ist wieder rückwärts runtergekommen. Aber den Checkpoint hast du, oder? Ähm? Nicht? Ah! Ich wiederhole, Justin. Nein. Nicht? Ha! Nein! Ja, danke. Hast du dieses Erbarmen gehört? Richtig leid. Das Anteilnahme bringt mich durch den Tag. Na! Alter, ich würde den ersten... Nee. Das nervig. Nee. Ja, der ist okay, aber... Ah! So! Nee! Stopp! Stopp! So! Hopp! Ach komm, ey. Man muss halt in einem durch, sonst verfranst man sich da. Wieso heißt das eigentlich verfransen? Hat das was mit den Franzmännern zu tun, oder? Ja. Das würde mich sehr wundern. Nee. Das waren Leute, die Franz hassen. Achso. Macht auch Sinn. Ach komm! NOOOOO! Das war nicht gut, oder? Nee, das war... Nein, nein, nein. Ey, welche Geschwindigkeit ist denn da die korrekte für die Wand, ey? Das muss man ja quasi auf dem Weg nochmal ändern. Hm, ja, oben nochmal. Iiiiih! Oh! Iiiiih! Okay, wie mach ich das jetzt hier? Komm schon. Da. Oh, das muss ja... Reicht das so? Iiiiih! Checkpoint! Nice one. Ja, das wird nix. Oh, dieser letzte Abschnitt. Jo. Das ist halt ja ne einfache Strecke. Nee, das funktioniert so nicht. Nee, das funktioniert so nicht. Moment, wie funktioniert das denn? Iiiiih! Nee! Das reicht... Reicht das? Nope. Reicht auch nicht. Das reicht aber, oder? Jawoll. Niu! Okay, hier ist Ende im Spiel. Ja. Hey, Jungs. Get up, Jungs. Papp, papp, papp. Na? Oh, Mann. Die letzte blöde Strecke. Ja, das ist auch echt so. Du fällst halt auch dann einfach wieder ganz runter. Du kannst dich auch nirgendwo fangen, oder sowas. Aua. 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 Oh, Mann, Alter. Das ist doch hier alles... Das ist kacki. Was haben die kacki damit? Das folgt der kacki. Bukaki. Bukaki. Bukaki, ja. Genau, so eine Kaki und der ganze Bauchmeister Wukaki. Wachsen die überhaupt auf Bäumen? Die Bukaki, ja, ja, klar. Bukaki. Ist doch bestimmt braun, oder? Wie? Wie soll das funktionieren? Hey, wer ist denn da? Niemand. Nein, guck mal, da machst du gerade Abgang. Ich wollte gerade sagen, um GZ, da kannst du mir erzählen, wie ich das hier mache. Aber Dalo, jetzt weißt du ja, wie das hier unten geht. Klär uns mal auf. RNG. Ist das aber auch. Also es ist einfach nur ein richtiger Winkel und richtig... Kein RNG. Das ist auch alles. Also tritt's ja wohl das schwöre in dem Weg im Skillfaktor. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Hey, guck mal, da kommt einer. Ja, nee. Mach ein bisschen Gas und Bremsen. Willst du eigentlich nur da oben rum und kommentierst, oder fährst du auch? Nee, ich fahr auch. Und ich erlabe mich an deinem Salz. Und wenn ich das hier könnte, ja... Sonst gar nicht. Dann würde ich das machen. Aber das, was hier kommt, ist das, was ihr da habt. Mal zwei. Ja, bla. Ich glaube, ich wäre das... Das sind zwei... Doch, stell dir vor... Das wäre super einfach. Ja, okay. Da kommen halt hier hin. Da sind halt noch zwei vertikale... Da sind noch zwei vertikale Wände dabei. Und ich weiß nicht, wie ich dann machen soll. Da! Da, Lu! Ja, ja. Jetzt zeigt mir doch mal, wie das hier geht. Bin oben. Ne, wüsste noch nicht. Ja, das hast du verkauft. Also bis hier vorne ist halt noch dann einfacher, ja. Danach kommt erst das, wo ich nicht mehr weiß, wie es weiter geht. Was? Siehst du das? Was? Aha. Ja, dann musst du hoch. Ja, ich schätze aber, danke. Na so. Du musst da mit Gas und Bremse hoch. Du kannst dich dabei noch so ein bisschen zur Seite lehnen. Alter. Ist aber auch hier heute ein bisschen... Boah, ey. Christian, meinst du, wir holen überhaupt noch Punkte in dieser Runde? Was? Haben wir gleich noch eine Mittlere? Ja, ich habe noch drei Versuche. Ja, nein. Also wenn ich bei der Extremkeit Punkte hole, da habe ich schon abgeschlossen mit. Ich hätte diese eine Stelle früher schaffen sollen, aber mittlerweile geht das eigentlich. Da kommt noch Sepp oder Peter oder so. Na, ich schaffe auch den letzten Abschnitt nicht. Ich komme nicht mehr hoch am Anfang, ey. Später geworden. Lalo ist jetzt auch da. Die Monster in deiner Welt werden stärker. Manchmal wünsche ich mir, Ubisoft hätte niemals Trials rausgebracht. Warum? Ist ein geiles Spiel. Beschisse auf so hochkompetitive Spiele. Spielspiele. Welches Spiel ist denn nicht hochkompetitiv? Ähm, Cooking Simulator. World War Z. Das wundert mich auch noch, dass da noch keiner angefangen hat mit. Ich habe auch mehr Kills gemacht als du. Rimburs. Stimmt. Rimburs nicht. Da kann man sich den Luder auch nicht gegenseitig snacken. Also von 23.000 Videos finden wir drei. Auf Anhieb haben wir jetzt drei gefunden. Ja, genau. Wir kriegen bestimmt 30 insgesamt. Wir spielen neulich in aller Sachen. Wir spielen mehr kompetitiv. Ach, dammit, ey. Siegler Hitler. Wir haben überhaupt Spielchancen. Ja, der Maximum Kompetitiv. Wir haben doch ein paar Mal. Ja, warum sind zwei Teams zumindest? Ja. Wir spielen mit zwei Teams und so. Schnitt hier nur in zwei Teams. Ja, okay. Aber das ist doch trotzdem kompetitiv. Aber mir läuft die Soppe hier den Heils mal, Alter. Ja, mir auch. Ihr habt keinen Bock mehr. So richtig geil heiß, Alter. Ich sitz in meinem Schweiß. Warum hab ich jetzt nicht einmal mehr geschafft? Dardo, wieso kommst du da nicht hoch? Das ist gar nicht so schwer. Nee, ich war... Anscheinend nicht so schwer. Aber... Wir waren hier oben auch schon mal. Ja. Ja. Ist doch cool. Und jetzt? Ja. Ist nicht mehr cool. Boah, Alter. Ich freu mir gleich ein bisschen in den Schritt, ey. Warte mal neu, ey. Warte mal neu. Oh, bist du auch weggekommen mit dem Mitsprud. Joho! Was geht ab! Ach Gott, wenn ich mir das schon angucke. Alles klar, ey. Ja, sollen wir hier mal zunächst mal springen? Ja, komm, lass mal mal springen. Jetzt lass Dardo doch noch seine 10 Versuche da machen. Das ist doch scheiße. Wuuu. 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 So, jetzt hab ich's. Dardo ist der Feind für dich. Warte, warte kurz. Den jetzt. Pass auf. Okay, mach den jetzt. Okay, kannst. Du hast den Jump vergessen, Dardo. Komm doch mal runter. Ja, Seb auch cool. Ich komm ganz runter. Ja, für mich cool. Ja, hast du geschafft. Gerade. Keiner geschafft. Alter, dieses obere Ding, das war echt. Boah. Ach, jetzt schwitze ich auch. Ja. Das ist halt anstrengend. Echt? Hast du jetzt mal die Heizung ausgemacht, ja? Wuppen wir grad still. Wuppen wir grad still. Dardo heizt ja noch bei 30 Grad draußen. Der Arena final. Aber du wohnst ja auch tief unter der Erde. Also die Temperatur an sich finde ich halt auch gar nicht mal so unangenehm. Und das Problem ist die Luft, die fehlt halt einfach. Ja. Hey! Wo? Da ist wirklich was! Ich dachte auch gerade. Oh, jetzt bin ich veräppelt. Betraxt. Darf ja nicht mehr gebaitet sein. Das sieht halt so aus, als würdest du da zwischendurch springen. Oh nein! Wenn man noch keinen Checkpoint währt. Nope. Come on, what the fuck. No. Bitte nicht hinfallen! Ach cool. Läu. Wait. Oh. Achso, das muss man machen. Hä? Oh, da ist noch... Alter, das mit den Stangen ist aber echt... Eigentlich nicht so schwer, meinst du? Wie habt ihr euch denn da unten durchgemogelt? Durch die einen? Das frage ich mich auch, ey. Wow! Oh nein! Oh nein! Aber anscheinend haben das ja alle hingekriegt. Ich verstehe schon. Hey, so schwer seid. Ich verstehe schon. Ja, nur Bram und Setz das hier nicht. Das ist ja glaube ich. Dardo, wie machst du das? Das ist unbekannt noch. Ich hau entweder da oben gegen. Du musst ja von... Also du musst dich ja... Du musst ja fast... ... dich ducken und dann von hinten... Also es gibt schon echt viele Checkpoints. Es ist schon okay hier. Peter, mach mal. Hi Bram. Ja, weiß ich nicht. Äh... Ich hab's. Paul nach hinten ziehen. So dass du schon fast in einer... Ja, das Problem ist, danach gib kein Checkpoint. Ah ja, alles klar. Nein! Okay. Ich weiß. Ich war dabei. Hä? Eine kranke Map? War jetzt... War jetzt auch nicht so bad. Ach. Jo. Ach, da war das... Nicht so gut. Ciao. Danke für den Fehler noch. Ja, Mann. Diese Scheißwand, ey. Wie unnötig war das denn bitte? Hab ich auch noch eine Chance? Ach. Du hast noch eine Chance, ja. Du hast noch auf jeden Fall. Aua. Aua. Hahaha. Das ist mir auch fast eine Talu. Du hast immer noch eine Chance. Ja, easy. Jetzt noch Gas und dann... Hahaha. Das war auch was, ja, Alter. Das war auch die Wand. Ja. Ja. Peter, was machen sie denn? Oh! Der hat's nicht geschafft. Ich wollte mich da so durchmogeln. Hahaha. Ein halber Meter fehlte da. Ja. Peter, die ist mir fast eingeholt. Puh, ey. Okay. Oh, coole Map. Ja. Ja, die hat mal so Sachen benutzt, die wir nicht so häufig haben, ja. Stange. Du siehst bei den Stangen einfach nicht so unbedingt so die Oberflächen. Stangen. Stangen und Rampen. Guck mal, er schreibt da hinten. Schau in Trials Rising. Schau in Trials Rising. Der Climb. Supercross. Haha. Die ist nur schwer. Jo. Das sieht nicht mehr aus. Erstmal nicht geschafft. Achso, da muss man nicht unten lang. Shit. Was? Einer? Ach, da muss ich durch. Ach, komm. Ach, komm. Ach, komm. Ach, komm. Ach, komm. Oh, lol. Nein. Nein, ich fall beim Checkpoint wieder runter. Oh. Das beste Element von allen ist zu. Feuer? Die Leiter. What the fuck? Was ist das hier für eine Scheiße, Bram? Kannst du mir das mal erklären? Oh. Hey, scheiße. Nein. Nein. Scheiße. Genau das gleiche. Das kann... What the fucking Überschiddle. Überschiddle? Jetzt... Geh doch da mal hoch, ey. Ich verstehe auch gerade nicht. Was soll das denn jetzt? Woo. Ciao. Ciao, Peer, ne? Kein Thema. Wir sehen uns irgendwann in Wurstland. Ja, geil. Das ist meinst. Zuhause. Ich dachte, der Klo wäre dein Zuhause. Ja. Wenn ich gar nicht auf die Überschiddle... Da ist ja auch Wurstland. Ja, stimmt. Ich höre hier ein Moment an. Das gibt's doch nicht. Nein! Das kann jetzt nicht wahr sein hier. Sepp, was soll das denn jetzt? Die Scheiße! Bubbelts, ey! Nein! Peter ist da! Er ist aus Wurstland zurück. Genug gegessen! Yo! Leidern. Alter. Alter. Oh, Bram. Man schafft das, wenn man da einfach stehen bleibt. Leitern sind schon geil. Nein! Leiter so ätzend. Oh, danach die Stufe ist ja viel ätzender. Ja, hab ich mir auch auf die Fresse gelegt. Aber kein Problem. Und danach die... Bei euch mit den Lampen, sag ich mal. Nein, nein, nein. Ja, ja. Können wir das überhaupt noch schaffen? Ja. Ihr müsst über... Das was ihr seht ist das letzte Hindernis danach failst du noch und springst ins Ziel. Das ist jetzt aber schlecht, was hier passiert ist, Dalu. Ja, du brauchst diesen schrägen, um da rüber zu kommen. Ja, hab ich gemacht. Ja. Aber, boah, nicht schräg genug! Oh Mann, ich bin auch gecrashed! Juhu! Nein! Nein! Oh, Peter, alter! Guter, er redet über die Lampen. Oh! Ja, war schön, Dalu. Hast du auch. Ein paar Pünktchen, scheiße. Gönnst dir noch den Sieg, wa? Ach, Dalu funktioniert einfach besser in der Hitze. Scheiße! Dalu funktioniert besser in der Hitze. Hat er uns noch überwohlt hier. Geht's jetzt? Und geht's jetzt auch an euch, dass ihr zugeguckt habt. Vielen Dank fürs nächste Mal. Tschüss und Lü. Danke, ciao!